Eingehende Freundschaftsverfolg, sag jetzt nicht der Spast Max, der hat mich erledigt. Er hat mich aber einmal hochgeholt, so ganz Sozialstaatleiter zu fighten. Könnt ihr ja mit ihm spielen, schaut mit mir. Nee. Papa. Ah nee, okay. Neuer Freund hinzugefügt. Mach den mal, ready. Ja, ich muss noch. Ich muss noch den ewig Sieg genießen. Oh wow. Du blödsinn. Das war vielleicht dein erster Sieg, oder Topfge? Ja, mein erster. Ja, gut. Ich hab auch heute mein erster. Topfge macht already, alter! Hm. Du bist nur der einzige, der unfähig ist, ready zu machen. Warte. Na, Schnubiwubbsgames. Egal wo, wo's ganz immer. Alter! Bin ich da? Wer ist das? Wer ist das? Topfge, ihih, Topfge, geh weg! Au, au, aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Mach das weg! Mach das weg! Fabi, mach mal der der der. Fabi, mach mal der der. Fabi, hey. Mach mal. Hallo, Fabi. Okay, Fabi ist auf K. So, ja. Nein, nein, nein! Ah, nein, 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 nein. Alter! Scheiße, Fabi ist auf K, was machen wir? Wir müssen hier irgendwo ganz hinten hin. Ja, gehen wir in Lonely Lodge, da steigen die sowieso dann zwangsmäßig aus. Ja. Lonely. Geht's bei Topfge wieder, oder nicht? Oh no. Oh no. Sind alle wieder da? Ja. Oh, wir können jetzt woanders auch hingehen. Lass Anafi, oder? Lass Anafi. Komm, Anafi. Lass Anafi? Ja, Anafi, raus. Ja. Ich geh will da. Oh, freck. Ja, wir können ja zu zweit gehen und den los teilen. Was? Weil wir sind ja ein nettes Team. Ich hab dir auch gestern die Epic Sniper gegeben. Ja, das war sozial. Also es war nett von mir heute. Ja, da ist auf jeden Fall einer mit uns. Ich geh unten rein. Wie viel kommen... Waren seid ihr... Da kommen noch... Zwei, drei, drei. Also auf jeden Fall kommt noch ein Team, aber die holen wir schnell weg. Topfge, wenn du ne Maschinenpistole hast, gib sie mir. Ich bin Maschinenpistolen-Gott. Gott, okay. Okay, da landet einer mit uns, Willa. Digga, wenn hier einer... Oh, ich hab die One-Tap, ich hab nur eine One-Tap. Ja, Maschinenpistole. Kann's auch behalten, wenn du mag. Ja, vorrech doch mal, Alter. Ey, ich kann dir... ... zwei Teams geben. Okay. Ja. Vor mir stand der Herz auf. Komm her, doch. Ja. Oder... Okay, ist du deine Schild dran krank? Ihr gönnt euch, ich hab jetzt zwei hingelegt. Jungs, können Sie kommen, beziehen? Ja, ich kann. Deine Form hier ist eine vor mir. Ja. Nein, der Ah. Okay, lass auf, da hat jemand noch zwei Mini-Schilds reing übrig. Nein, ich hab die doch gedroppt, oh ah. Ja. Ja. Ja, bevor ich sind drei Stück, seht ihr die nicht? Seht ihr die blind? Bin leider an Blindheit erkrankt. Das ist eine ganz... Glaub ich sogar. Das ist eine ganz dumme krank. Ah, du Arsch, Alter. Und wo gibt der mir denn? Da jetzt mal meine HP. Oh. Und wo gibt der mir denn, Alter? Wo? 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 Links ist da auch einer. Links ist da auch einer. Links ist da auch einer. Ja, links ist da auch einer. Den will ich nicht. Ah, der eine hilft dem anderen kann auch... Oh, Shit, das wollte ich mich vermeiden. Er lässt sich links irgendwo irgendwo, irgendwo links. Ja, ja, ich bin neben der. Oder Silos oder so, keine Ahnung, weißen. Rechts, sind sie dir rechts? Hab ihn. Hatte eine blaue Salve. Ah, nein. Die kannst du mir gehen, wenn du magst. Ich droppe Mini-Schilder. Also ich hab nur fünf HP verloren. Ich habe nur fünf HP verloren. Ich hab. 30 Prozent und ich habe gerade noch auf die Runde der Bühne mit zu den Prozern und Meister hat jemand nicht dass ich hier Kopf gemacht so blaue Salbe ging mit Schnapphausen und der ich habe es alle liegen gelassen und ich will ich ja er ist nicht nur ein Stück Schock ich noch gar nicht wir haben keine Ahnung drücken ja doch das noch ein finden mach einfach ich warte einfach nur um die schilder bringe ich auch mit hier jede weiter bei diesem einweiten schocken das ist da vorliegen die um die blaue seite wirklich hier so siehst du er hat hat jemand jemand seine munnen hat jemand mittlere ich habe nicht ich kann der wii-fi hat manche gar nichts zirka ich hab 69 grad aber wenn ich da ein netter ich kann zu fassen Wer hat dir die nicht liegen gelassen? Ich hab die für Trump gedroppt. Ja, ich glaub der nimmt die nicht da, wenn du sie einfach irgendwo droppst und nix sagst. Nene, ich hab's schon gesehen, aber ich war schon voll. Hier, ich geb sie dir. Achso, du bist. Ja, ok, ich kann sie mitnehmen. Wenn du noch Platz hast, kannst du sie mitnehmen, sonst kann nicht irgendwas. Jaja, ich hab ja den Platz. Oh, wir sind sogar tot, geil. Hier ist noch ne Park. Hier ist einer bei mir! Wer ist auf der Hinsdinge? Wo? Hier bei mir, der Silo. Welche Seite, welche Seite? Oh, I want that! Ja! Hast du ihn? Wo war der, wo war der? Der war hier. Wo? Hier. Hinter dem Silo. Ja. Geil. Wo hast du das hier? Warum hat denn der Loot? Alter! Und sogar gar nicht so schlecht! Alter, nice one! Alter, schau mal was ich jetzt kann. Oh, der hat die Muni, warte ich kann dir was tun. Okay, kann ich schon lang machen. Hier nochmal 20 Muni. Und hier nochmal 20, weil ich's kann. Warum nur 20 bis 100, gell? Ich droppe nochmal 20 hier. Ich hab's den. Hier ist noch mein Chest, der mich stirbt. Ahhhh. Hier ist noch mein Chest, der mich stirbt. Ahhhh. Ohhhh! Dein Mikrofon ist egal. Ich hab schnell gesaugt. Er kann jemand Bandagen nehmen? Ja! Ohhhhhhhh! Ohhhhhhhh! Ich hab's nicht zu! Haha, ich hör gar nichts! Der Mikrofon! Ich hör gar nichts! Ja! Oh, da wird gesnipet. Auf uns. Ah, ich sehe ihn. Welche Seite? Südosten. Südosten, hätte ich jetzt auch ungefähr gedacht. Hallo? Pass auf! Oh, fuck. Habe ich ein bisschen zu früh ges... Stoppchen, komm! Ihr braucht eine Hilfe! Ding ist auch hier. Pass auf, dann. Das ist ja close. Kill den close! In, zwei, zwei. Push, hehehe, push! Alter! Ja, der hätte auf den rechts müssen. Am Baum klopft. Mann, was macht... Stoppchen, wo warst du die ganze Zeit? Ja, mein Meinungs, weil ihr rumschreibt. Die hätten doch alle hundert Papier, äh, hundert Filz, alter. Was war das? Wieso hatten die alle hundert Filz? Wieso hatten die alle hundert Filz? Geht doch das Mikro wieder? Wieso? Ah, doch geht die doch. Mann! Die lasten ne Runde. Ja, das ist jetzt nach nem Sieg nicht so geil, ne? Das passiert. Ist halt nicht so wie am Montag, wo wir vier hintereinander hatten. Am Montag? Ja, vor zwei Wochen. Ja, vier hintereinander. Aber ein paar hatten wir ein bisschen Verbindungsprobleme. Was? Oh, ich bin, ich bin, ich bin eins vor der TUS. Ich bin eins vor der TUS. Ja, ich bin schon eins über der TUS. Ja, halt's Maul, du kaufst dir auch immer was. Hä, was? Ich hab nix gekauft. Ja, 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 halt's Maul. So, ja, ich hab irgendwie einen Buß bekommen. Jetzt hab ich die Schwachung. So, Buß bekommen da. All der F4, dann kriegt man einen Buß. Ja, die kann noch einmal leisten. Ja, aber das war ein Sitz. Ja, aber das war ein Sitz, als Frau Müll. Ja, okay. All der F4 drücken. Okay, man kriegt ein Buß. Wer macht die jetzt? Hm. Alter, aber die hatten alle so viel Schild. Alter, das war doch unnormal. Ich mach jetzt Pübel. Ich schätze gar nicht. Aber hast du gesehen, wie Schild sie hatten? Jo. War schon ganz nett. So. So. Oh. Oh, ich bin jetzt Schild. Tops, kauf dir einen neuen... Du warst einmal tiltet, Alter. Nein, wir gehen nicht tiltet. Wir gehen Schnubi-Bubs. Lass Schnubi-Bubs gehen. Lass Bliese, please. Nein, lass Schnubi-Bubs gehen. Hallo. Hallo. Darf ich euch Kinder was fragen? Nein. Was für Kinder? Ja, die T ist da unten. Nein, ihr seid doch so 13, 14 oder 12 so? Oder? Ja. Nein. Was... Was... Nein, ich muss ein Geschenk finden für einen 13-jährigen Jungen und ich hab keine Ahnung, was cool ist. Und er will kein Geld. Denk ich nicht schloch? Kann er nichts sagen? Ja, ich denk ihm einfach gar nichts. Nein, er muss ja... Ich bin ja so ein Taufpate. Geil. Alter. Egal. Toppen kann er eh nicht. Er kann dir da bestimmt super weiterhelfen. PC. Gapfer. Ja, ich kauf ihm auch ein PC. Laptop. So süß aus. Weißt du was Tore erzählt hat an seine Freundin in der Schule? Was? Wenn ich wegziehe, bekommt er meinen Laptop. Alles klar. Ich dachte mir nur so, okay, du kriegst meinen 1.300 Euro teuren Gamer Laptop. Ja, ja. Oh, dann kriegst du auch einen neuen Familie. Den 2 Euro Laptop. Den kann man in den Müll hauen. Ich weiß nicht, was ich ihm schenken soll. Ich verstehe nicht, was die Jugend geil findet. Ich bin zu falsch. Keine Ahnung, wenn der nicht Geld geil findet, dann ist er auch dumm. Er hat genug Kondome, Schatz. Seine Mutter ist eine Milf. Vergiss das nicht. Hä, meine Tante! Ich stehe dazu. Ich hab eine Tante, die ist eine Milf. Bei euch läuft. Ah, ihr habt Probleme. Ja, das ist ganz schlimm. Vor allem die Taufe ist am Sonntag. Ja, viel Spaß. Taufe! Ich trage das Kleid, was ich dir gestern geschickt habe. Mit dem Mörderausschnitt und den Brückenfreien. Das stimmt richtig hässlich. Hoffentlich kriegst du eine vom Pfarrer. Nein, dem Pfarrer gebe ich Dienstag erstmal ne Backpfeife, wenn er nicht endlich sagt, wenn der Termin ist. Und wieviel Uhr wir da sein müssen. Der redet nicht mit uns. Er sagt einfach nur, ja, Sonntag ist Taufe, fertig aus. Ah! Gar kein Problem. Und drei Schildränke. Könnt ihr mir mal helfen? Ich kann den ganzen Loot gar nicht looten. Du kannst nicht fragen, oder? Ey, hier ist noch ne Shotgun, falls ihr jemand braucht. Die Türste, komm mal rein. Wir brauchen jemand, der uns den Loot trägt. Ne, das habe ich gestern schon gemacht. Oh, machst du ruhig nicht zu? Ich hab grad gegoogelt. Also, bei mir liegt noch ne Shotgun und ne buggerige Frau. Oh, ne grüge Frau. Bei mir ist ne grünes Rot. Denk dir bei, Frau. Bei mir sind drei grünes Rot. Du, schulbüß. Nein, das ist der Kiege, der ich bei den Hausaufgaben geholfen habe. Schenk ihm einfach gar nichts. Jetzt noch ein Zildrank! Mann, ich kann nicht so viele tragen, Alter. Also, bei Google steht, ich soll ihm ne 13-jährige Freundin schenken, aber ihn wird sowieso keiner. Was, bei Google? Ich hab gegoogelt. Alter, ihr habt so wie. Wer hat hier schon gelootet, diese Gegner? Au, 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 ich bin gammet. Oh, ich hab da gelootet. Ihr Tops, der kriegt ne Söldrank. Nur eine? Ihr Tops, der kriegt ne Söldrank. Ihr Tops, der kriegt ne Söldrank. Vor allem hab ich das Problem ja drei Wochen später nochmal. Oh, das ist dein Leben. Ne, ich schenk ihm echt einfach gar nichts. Ja, dann heißt das... Du bist die schlechteste Cousine, die ganze... Du weißt mal, das kannst du den überhaupt nicht denken. Also, hast du ne Söldrank? Nein! Wir hatten doch beide keinen. Und ich hab gesaugt, weil ich nicht mehr Platz hatte. Ganz hinten im Haus ist noch ne Boogiebomb, falls jemand mag. Hallo. Oh, und schaut mal kurz in meine Hand, was da so ist. Oh, hässliche Klatsch. Ah, und irgendwie ist die noch so... ...Cindery. Weiß auch nicht. Weißt du, was ne Klatsch ist? Du kennst hier die Kassi-Gerzakt. Ne Klatsch. Eine Handtasche für die Hand oder für die Achselhöhler. Das, das äh... Das haben die immer bei Shopping Queen. Alter. Hier so, oh, ich hab so eine tolle Glatze. Hier, Tale, Tale, was guckst du an, länger? Shopping Queen, hast doch recht gehört. Sag mal ehrlich, Alter. Guckst du dir was an, Alter? Nicht, weil ich guck Shopping Queen und ich bin ein Mädchen. Warte, was guckst du eigentlich? Meine Lehrerin schaut Shopping Queen und hat 70 Schuhe, oder so. Kann man deine Lehrerin kennenlernen und ihre Schuhe? Ja, wahrscheinlich eher nur die Schuhe. Ach nee, es sind wahrscheinlich keine hier jetzt. Ich will aber super. Nein, ich war nur bei meiner Oma und mir war langweilig da. Ich hab Shopping Queen geschaut, weil Shopping Queen einfach nur geil ist. Hast du danach auch zwischen Tüll und Tränen geguckt? Bauer lieber nochmal, wenn du da runter... Alter, seid ihr alle unfähig, den Berg runter zu gehen? Ja, also ist doch wirklich schlimm. Aber ich hör's, ich kenn's mir. So, gestern fällt Topf hier den Berg runter. Okay, ich bin auch schon bis öfter den Berg runter gefallen. So mit 1 HP. Oder Farben. Wolkenkreis. Hä? Richtig. Wir fallen irgendwie täglich den Baum runter. Oh, Yannick gestern! Er fällt schon mal ne Base runter, baut dann so nen richtig schönen Weg für die Gegner und da wären wir gepusht. Ja, Yannick ist schon so'n Bob, also so, das ist so gewünscht. Was? RIPPEAT? RIPPEAT? RIPPEAT ist genauso, Alter. Nein, noch schlimmer ist hier dieser, wie heißt der andere? RIPPEAT? RIPPEAT? Gibt's eine Farbe, die noch dunkler wäre als schwarz? Das wär mein Humor. Hm. Ey, hier ist doch ein fetter Schild dran. Ich muss mir jetzt erstmal nen Baseballschläger bestellen im Internet. BAM, du kannst dich schon nehmen, wenn du willst. Ach so, du bist ja schon voll aufgefüllt, ne? Natürlich bin ich voll aufgefüllt. Ja, 1v1 is win. Oh, warte, ich hab was gefüllt. Ja, ich auch. So. So. Kannst du, alle ernsthaft? Hä? Das sind du da? Ja, also, ich hab' nur mein Engel gehört. Oh, hier auch, hier auch. Ist es? Ja, ja, okay. So, also, wir haben alle hunderte Schild, also, wir haben alle hunderte Schild. Und was, hunderte B? Also, wer macht das? Hey, hey, was soll das? Was soll das? So. Kennst du noch mein Passwort vom Handy? Ja. Das war jetzt mein Sohn, du weißt schon, dass es dein Rechte war. Ich hab's vergessen. Kann man so dumm sein. Kann man so dumm sein? Ich hab'n Granatenwerfer. Will den jemand? Ich versteh'n ihn. Hä? Will jemand Granatenwerfer? Ja, nehm' ich. So, so, oh. Sogar mit extra Munition. Oh, so, so. Oh. Oh, shit. Äh, na, 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 na. Oh ja, ich schieß'n eigenswerte Körper. Top, ja, dann komm her. Ja. Ja, ich muss noch... Oh, ihr seid ja Leute, ey. Nicht mal richtig Fußball spielen könnt ihr. Nee, ich bin schon mit. Aber ihr müsst noch viel lernen, ihr seid noch jung. Ich bin 21. Ja, 22. Mama, ich hasse viel lernen. Ja, das ist schon krass. Aber die spielen halt alle Fortnite, ne. Warum spielen wir das überhaupt? Ja. Bei uns ist es schon wieder Retro. Bei den anderen ist es noch... Oh nein, ich wollte ihn nicht... Ah, die tone kommt! Ah, die macht auf sie damit! Warum spielen wir das überhaupt? Nein, 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 wenn ich Damage bekomme, bring ich mich um. Aber ich hab keinen Bock über die Riese in Obviouslyna. Ah, nein, ich hatte mein Leben. Ja, wir gehören hier echt zum Elternsemester, stimmt schon. Hallo und nichts gegen 21-Jährige, ich bin kurz vor Tod. Äh, kommst du? testosteroneb-dy redest du jetzt? 21 ist besser, Alter. Keine Frage rüber. Nein, es war cool, dass man jetzt volljährig ist in jedem Land noch. Ich kann ja nicht Alkohol trinken jetzt. Aber trotzdem. Stopp, gell. Ja, was macht ihr denn? Es trinkt nichts. Wir können jetzt auch in Amerika Alkohol trinken. Ja genau, so ist es nämlich. Hä, das ist ja meine Heimatland, die Opfer. Deswegen hab ich ja gedacht, ich darf jetzt endlich Alkohol trinken. Die Töte sind halt noch welche, gell, die snipen. Können wir außen rumlaufen? Nein. Wir fracken, okay. Dann macht das natürlich Sinn mit Amerika. Ui, ui. Ja. Oh, bitte kein Schauen. Oh, nein. Aha. Ihr wollt echt fighten? Natürlich wollen wir fighten, Alter. Hey, ich bekomme jetzt so viel Schaden, damit ich Medibag nehmen kann. Ich hab gerade alles genommen. Okay, dann wollen wir die Puls. Ja. Ich hab schon den Chests bei mir. Ja. Ich geb mir noch den Chests, warte. Wollen wir die pushen? Ja. Ja, genau. Mach so ein. Kobe! Nein, bist du nieder hier. Kobe! Nein, das geht so. Oh ja, fast. Oh, fein. Der Puls. Ja, da unten drinnen, unten drinnen, unten, drinnen. Ich steige rein, hinterher. Geht der rein? Oh, der war auf. Nice. Okay, der ist runter. Ja, falle platziert, falle platziert. Ich schaue trin. Hinter mich, hinter mich, hinter mich, hinter mich, hinter mich. Auf den Berg, auf den Berg, auf den Berg hoch. Oh, ich bin tot, okay, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, hinter mir, uiuiui, ja, ein, oh, ein fucking HP, ja, oben auf dem Berg, oben auf dem Berg, Norden auf dem Berg und Süden auf dem Berg, ja, ich hab jetzt noch einen Medi-Bag, ich hab zwei Minuten, Norden und Süden auf dem Berg, ja, ja, ach so, und plötzlich kostet das 60 Euro, was seid ihr für behinderte Versandhäuser? Oh, was machen die, sind da auf dem Berg, wir müssen die pushen, ich hab noch einen Medi-Bag für Tramp, wollen wir die pushen, auf dem Berg, ja, lass die Zone, kommt, kommt hier mit mir, kommt hier runter, ja, ich kann, ich kann gut Mauern bauen, ne, sag's euch, Oh, ich hasse dieses Video, ne, das haben wir nachher, ja, ich hab hier voll den Status, oh, ich hasse dieses Video, ne, das haben wir nachher, gespielt mit unserer Schule, wir haben dafür 200 Euro gekriegt, dass wir das gemacht haben, ich danke nur so, kein Geld. Oh fuck. Ähm, das war, äh, wir können nichts dazu tun. Nein, okay. Ähm, American is first. Von hinten kommt eine Flair. Ja. Netherlands 2 oder so, äh, es haben sogar gehittert, äh. Lass mal in, 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 in. In, 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 in Falsch gesehen. Wir müssten nochmal jetzt von der rechten Seite kommen. Da! Hast du noch was gebaut? Ich hab fast kein Holz. Ich hab zehn Holz. Der ist an der Zone gestorben. Sehr schön. Die sind alle in der Zone gestorben. Mann und die nehmen dich einfach noch mit, weil sie fette Fäcke sind, alter. Darauf gibt's erstmal einen Cozy. Oh, der loot sich schon verlockend, aber ich glaub der jetzt nicht rein. Ja ich kann reinlaufen. Da. Da kommt noch jemand da komm jemand. Was die noch da rauslaufen, alter. Der du rein, du hast schon 70 Jahre. Bring dich's gar mit. For mich. Und ich hab' noch. Das hol' noch einer. Vielleicht noch einer raus. Der ich da schon. Wo? Da. Dings? Hannes. Hör. Hör. Und ich hab' noch einer raus. Alter, Neisenstein. Da hat er doch ne Autosniper. Aber wieso sind die T-Shirts so teuer? Ich hab ja kein Holz, ich hab nur Steine 300, Alter. Ja, nimm mich mal. Nimmst du nicht die Autosniper? Achso. Make Christmas great again, ich glaub's auch. Ja, nimm mich schon. Ey, hier ist ne Autosniper, was ihr beim Markt? Hä, ich sag... Ja, das sind ja noch 8 Raketen. Wo hast du das genommen? Ja, dann lass, wo wollen wir hin? Aufm Berg vor uns, hier? Lass die hoch. Doch, lass die hoch. Lass die Zone nicht sein. Lass die Zone nicht sein. Lass auf Factory, oder? Ne, nicht nicht. Lass auf Factory, oder? Ne, nicht nicht. Ja, doch, die Zone nicht sein. Äh, vor uns ist die Base-Series. Doch, lass Factory, lass Factory. Lass auf, lass auf. Ja, warte, ich mach Kobe-Werfer. Ja, und ich dann rein. Okay, warte, mach dann. Mach ja kein Dammit. Noch nicht, noch nicht. Factory, ich bin noch nicht bei euch. Factory ist eine Factory. Ja, komm, lass den nur. Okay. Factory kommt aber auch, ne? Hier bei mir. Vorsicht, da ist eine Falle unten. Ja, ich bin eine Runze geflogen. Ui, 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 ui. Oh, mit der Falle in der Hand. Fabi. Make St. Patrick's Day great again. Ey, hier sind halt gar noch wie viele, Alter. Geil, mach du, Alter. Ja. Papa. Ja, Bad Sex. Bad Sex, juhu, bringt uns halt ja nichts mehr. Mann, wie viele waren da denn noch? So. Hat doch Spaß gemacht, die Runde. Ja, extrem. Kappa. Weiß einer, wo ich ein billiges Trump-Shirt herbekomme? Der, der. Hä, ich muss für die Motto-Woche Amerika machen und ich will den typischen Amerikaner sein. Also dumm, besoffen und fett. Also brauche ich ein Trump-Shirt für dumm, ein Bier brauche ich um besoffen zu sein. Also Boys, ich verlasse euch da mal. Ja. Tschö. Cool, ich hab'n Schwanz. Tschö. Two. Mal.